Sie sind nicht allein. In diesen Zeiten des Wandels webt der Kosmos einen zarten Tanz, der uns zu tiefem Erwachen und Aufstieg führt. Begleiten Sie mich, wenn wir in die mystischen Energien eintauchen, die unsere Realität umgestalten, die himmlischen Einflüsse aufdecken und erforschen, wie diese mächtigen Kräfte uns in eine neue Ära der spirituellen Erleuchtung führen. Lassen Sie uns gemeinsam auf diese Reise gehen und die Geheimnisse des Universums und die Magie in uns entdecken. Das Universum befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Tanz, der euch beim Übergang, Aufstieg und Wandel unterstützt. Es ist, als ob die kosmischen Strömungen dich nach oben ziehen und dich zu höheren Ebenen des Bewusstseins und der Erkenntnis führen. Dieses Gefühl des Aufwachens, des Aufsteigens auf die nächste Ebene wird immer häufiger, während wir durch diese transformativen Zeiten navigieren. In der gegenwärtigen Energielandschaft erleben viele ein merkwürdiges und unerklärliches Gefühl. Sie fühlen sich vielleicht seltsam, besorgt oder ungewöhnlich müde. Diese Gefühle sind Teil eines größeren spirituellen Erwachens, das sie zu spirituellen Exerzitien, emotionaler Heilung und tiefer Selbstbeobachtung antreibt. Es ist, als ob sich ihre Seele nach einer tieferen Verbindung und einem tieferen Verständnis sehnt und sie dazu drängt, die Tiefen ihres Inneren Selbst zu erforschen. Das Jahr 2024 ist eine einzigartige Zeit, die von Versuch und Irrtum geprägt ist. Dies ist nicht nur ein banaler Prozess, sondern ein göttlicher Mechanismus, der dazu dient, zu enthüllen, was ihnen wirklich wichtig ist. Jedes Scheitern, jeder Rückschlag ist ein Sprungbrett, eine Lektion, die das Universum für sie vorbereitet hat, um sie näher an ihr authentisches Selbst heranzuführen. Durch diese Erfahrungen lernen sie, ihre wahren Werte zu erkennen und sich stärker auf die Ziele ihrer Seele auszurichten. Stellen sie sich den Kosmos als einen großen Wandteppich vor, bei dem jeder einzelne Faden auf komplizierte Weise gewebt ist, um das Gewebe ihres Lebens zu schaffen. Jede Herausforderung, jeder Moment der Ungewissheit ist ein Teil dieses göttlichen Plans, der ihnen hilft, ihre Absichten zu verfeinern und ihre tiefsten Wünsche zu manifestieren. Diese kraftvolle Übergangsphase bietet ihnen die Gelegenheit, Illusionen abzustreifen, sich mit einschränkenden Glaubenssätzen auseinanderzusetzen und diese loszulassen, die sie bisher zurückgehalten haben. Während sie durch diese Energien navigieren, werden sie sich zu Orten und Praktiken hingezogen fühlen, die Heilung und Wachstum fördern. Spirituelle Exerzitien, tiefe Gespräche und introspektive Momente werden zu ihrem Zufluchtsort, ihrem Hafen der Transformation. Dies sind die Orte, an denen sie sich mit gleichgesinnten Seelen verbinden, ihre Reise teilen und Trost in der gemeinsamen Erfahrung des Erwachens finden können. Denken sie auf dieser heiligen Reise daran, dass sie vom Universum unterstützt werden. Die himmlischen Energien richten sich aus, um euch beim Aufstieg zu helfen, um euch zu einem höheren Seinszustand zu führen. Nehmt diesen Übergang an, vertraut dem Prozess und erlaubt euch, mit den kosmischen Strömungen zu fließen. Ihr Weg entfaltet sich genau so, wie er sein sollte, und führt sie in eine Zukunft voller Klarheit, Sinn und göttlicher Ausrichtung. Der kosmische Tanz geht weiter mit starken astrologischen Einflüssen, die unsere Reise prägen. Der rückläufige Neptun in den Fischen fordert uns auf, tief in uns zu gehen. Es ist eine Zeit, in der sich der Schleier lichtet und die verborgenen Winkel unserer Psyche offenbart. Diese Zeit bringt ein tiefes Bedürfnis nach Selbstbeobachtung mit sich und schärft unsere Intuition, indem sie uns dazu auffordert, auf die Einflüsterungen unserer Seele zu hören. Wenn Illusionen und einschränkende Überzeugungen verschwinden, werden wir mit neuen Aussichten und neuem Wissen beschenkt. Dies ist eine heilige Einladung, unsere Wahrheit und Authentizität zum Ausdruck zu bringen, uns mit unserem Höchsten Selbst in Einklang zu bringen und unsere spirituelle Essenz anzunehmen. Gleichzeitig wirft der rückläufige Saturn in den Fischen ein anderes Licht auf uns, ein Licht der spirituellen Disziplin und der Neubewertung. Dies ist eine Zeit, in der wir unsere Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen überdenken und die karmischen Lektionen verstehen müssen, die in unsere Existenz eingewoben sind. Wir sind aufgerufen, diese Lektionen zu integrieren, gesündere Grenzen zu setzen und unsere authentische Individualität anzunehmen. Diese kraftvolle Kombination von Neptun und Saturn rückläufig bietet einen ausgewogenen Weg der Selbstbeobachtung und des disziplinierten Wachstums, eine harmonische Mischung aus Träumen und Realität. Die persönlichen Erfahrungen während dieser transformativen Zeit sind tiefgreifend. Stellen Sie sich die heiteren Landschaften der Tschechischen Republik vor, wo ein Rückzugsort zu einem Heilungsort wird. Wenn man mit dem Mountainbike durch üppige Wälder fährt und die Erde unter den Füßen spürt, ist man tief mit der Natur verbunden. Der Rückzugsort bietet einen Zufluchtsort für emotionale Heilung, wo der Austausch von Geschichten und Erfahrungen mit einer unterstützenden Gemeinschaft zu einem kraftvollen Katalysator für Transformation wird. In diesem heiligen Raum wird deutlich, wie wichtig es ist, Gefühle auszudrücken. Durch diesen Ausdruck heilen wir, verbinden wir uns mit der Essenz dessen, was wir sind. Die heilende Kraft der Verbindung mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die den gleichen Weg des spirituellen Erwachens gehen, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese Verbindungen erinnern uns daran, dass wir nicht allein sind, dass wir Teil eines größeren Geflechts von Seelen sind, die sich auf einer Reise zur Erleuchtung befinden. Wenn wir uns auf diese astrologischen Einflüsse und persönlichen Einsichten einlassen, erkennen wir, dass das Universum uns zu einem tieferen Verständnis unserer Selbst und unseres Platzes im Kosmos führt. Diese Reise ist eine Reise der tiefgreifenden Transformation, ein Tanz zwischen Introspektion und Disziplin, Heilung und Wachstum. Vertrauen Sie dem Prozess, ehren Sie Ihren Weg und erlauben Sie den kosmischen Energien, sie zu Ihrem höchsten Potenzial zu führen. Denken Sie tief über Ihr Leben nach. Nehmen Sie sich Zeit, um über die Aspekte zu schreiben, die Ihnen nicht gefallen, und die Muster zu erkennen, die Sie zurückhalten. Dieser heilige Akt des Schreibens ist ein kraftvolles Ritual, das es Ihnen ermöglicht, sich den einschränkenden Glaubenssätzen zu stellen und sie zu ändern. Die sich in das Gewebe Ihrer Existenz eingewebt haben. Geben Sie der Freude den Vorrang. Das ist kein flüchtiges Glück, sondern ein tiefer Zustand des Seins, der Ihre Seele nährt. Gehen Sie achtsam mit sich selbst um, indem Sie Routinen festlegen, die nicht nur produktiv, sondern auch sinnvoll und freudvoll sind. Beschäftigen Sie sich mit Aktivitäten, die Ihren Geist erheben, die mit Ihrem wahren Selbst in Einklang stehen. Seien Sie rechenschaftspflichtig und verantwortlich für Ihr persönliches Wachstum. Spirituelle Praktiken sind Ihre Leitsterne, die Sie durch das Labyrinth des Lebens führen. Nehmen Sie sie mit Hingabe und Aufrichtigkeit an, denn Sie wissen, dass jeder Schritt, den Sie auf Ihrer spirituellen Reise machen, Sie Ihrem authentischen Selbst näher bringt. Im Bereich des spirituellen Wachstums weben die Energien von Neptun und Saturn einen Wandteppich des Gleichgewichts. Neptun lädt Sie zum Träumen ein, um die mystischen Bereiche Ihrer Seele zu erforschen. Saturn verankert diese Träume in der Realität und gibt Ihnen die nötige Struktur, um sie zu verwirklichen. Zusammen bilden Sie eine harmonische Mischung aus Vision und Praktikabilität. Schreiben Sie Ihr perfektes Leben auf und visualisieren Sie es. Dies ist ein heiliger Akt der Schöpfung, bei dem Sie die Kraft Ihrer Gefühle und Ihrer Intuition nutzen können. Erlauben Sie sich, grenzenlos zu träumen und sich eine Zukunft vorzustellen, die mit Ihren tiefsten Wünschen übereinstimmt. Erinnern Sie sich an die Bedeutung von Freude und höheren Frequenzen. Dies sind die Schlüssel zur Verwirklichung Ihrer Träume. Wenn Sie von einem Ort der Freude aus agieren, heben Sie Ihre Frequenz an und ziehen Fülle und Harmonie in Ihr Leben. Freude ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein Zustand des Seins, der die Türen zu unendlichen Möglichkeiten öffnet. Lassen Sie sich auf diese Praktiken und Erkenntnisse ein, denn Sie wissen, dass Sie sich auf einer heiligen Reise der Transformation befinden. Das Universum unterstützt Sie und führt Sie in eine Zukunft, die von Zweck, Klarheit und göttlicher Ausrichtung erfüllt ist. Vertrauen Sie auf den Prozess und lassen Sie Ihren Geist aufsteigen. Finden Sie auf dieser mystischen Reise den Mut, sich Herausforderungen zu stellen und sich der persönlichen Transformation zu stellen. Jedes Hindernis ist ein Sprungbrett, eine göttliche Lektion, die dazu dient, Ihren Geist zu erheben und Ihr Bewusstsein zu erweitern. Vertrauen Sie auf Ihre Widerstandsfähigkeit und innere Stärke, denn Sie wissen, dass jede Erfahrung, ob freudig oder schmerzhaft, zu Ihrem Wachstum und Ihrer Erleuchtung beiträgt. Denken Sie an die aktuellen astrologischen Einflüsse. Neptun und Saturn in der Rückläufigkeit sind starke Kräfte, die uns zu tieferer Selbstbeobachtung und spiritueller Disziplin anleiten. Ihre Energien formen unsere Wege und drängen uns, Illusionen abzustreifen und unser authentisches Selbst zu umarmen. Das Jahr 2024 ist eine entscheidende Zeit von Versuch und Irrtum, eine heilige Zeit, in der wir durch unsere Erfahrungen lernen und unsere wahren Werte verfeinern. Machen Sie sich die Bedeutung dieses Jahres zu eigen und verstehen Sie, dass es eine Zeit tiefgreifender Veränderungen ist. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition, denn sie ist der Kompass, der Sie durch den verschlungenen Tanz des Lebens führt. Lassen Sie Ihre Handlungen mit Ihrer inneren Wahrheit in Einklang bringen, denn Sie wissen, dass sich positive Veränderungen ganz natürlich entfalten, wenn Sie aus einem Ort der Authentizität und des Ziels heraushandeln. Lassen Sie sich von diesen Erkenntnissen leiten, wenn Sie vorankommen. Vertrauen Sie auf den Prozess, lassen Sie die mystischen Energien um sich herum zu und lassen Sie sich von Ihrer Intuition leiten. Sie befinden sich auf einer heiligen Reise, die vom Universum unterstützt wird und sind zu großem bestimmt. Umarmen Sie jeden Moment mit offenem Herzen und lassen Sie die Magie des Kosmos Ihren Weg erleuchten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!